Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man so einen U-Pfustenträger einbetonieren und somit auch einen Stützenschuh mit Dolle richtig befestigen kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir natürlich die richtige Position von dem Pfustenschuh bestimmen. Das dauert normalerweise am längsten oder können wir entweder mit einem einfachen Meterstaber mal nachmessen oder was ich auch empfehlen würde, dass wir uns wie in einem extra Video gezeigt mal so eine Richtschuh hier ordentlich spannen und zum Beispiel auch 90 Grad Winkel abstecken. Und wenn wir das alles richtig gemacht haben, dann ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir uns Gedanken machen müssen, wo später bei diesem Pfustenschuh auch die Kräfte darauf wirken. Bedeutet einfach, wenn wir zum Beispiel einen großen Sichtschutzzaun aufstellen und dieser Sichtschutzzaun würde mal in diese Richtung verlaufen, dann hätten wir später natürlich auch ordentliche Windkräfte von dieser Seite hier. Und diese Windkräfte müssen irgendwie aufgenommen werden. Deswegen müssen die Laschen, wie hier gezeigt, am besten so stehen, dass da die Kräfte gut aufgenommen werden können und würde das Ganze nämlich so rumstehen, dann würde unser Holzpfust danach einfach viel weniger Kraft aufnehmen können. Wenn das aber geklärt ist, sollten wir am besten mal mit einem einfachen Spaten ein circa 40x40 cm großes Loch graben. Und das Loch werde ich jetzt mal circa 60 cm tief ausheben. Das hat einfach den Sinn, dass ich ganz unten circa 10 cm Frostschutzkies haben möchte, dass unter dem Beton das Wasser später auch ordentlich ablaufen kann und da einfach nicht irgendwie etwas aufrieren kann. Und drüber kommen dann noch circa 50 cm Beton. Wichtig ist nämlich auch noch zu sagen, dass wir für die beste Stabilität bitte zwischen Beton und Unterkante von diesem Pfostenschuh nicht mehr als 5 cm haben sollten. Bei mir schaut es recht gut aus, weswegen ich mal meine 10 cm Frostschutzkies-Schicht einfüllen werde. Danach alles gut verteilen, dass unsere Schicht natürlich auch in etwa eben ist. Und falls bei dir die Erde darunter übrigens relativ locker ist, dann könnten wir auch noch mit so einem Harnstampfer das Ganze etwas davor begradigen. Natürlich könnten wir zum Beispiel auch einfach einen Pflasterstein zur Hand nehmen und hier unten ein paar Mal reinschlagen. Im nächsten Schritt kann ich den Beton auch schon richtig anmischen. Ich verwende hierfür einen normalen Beton-Estrich in 40 kg Säcken und bei meiner Lochgröße sollten da circa 1,5 bis 2 solcher Säcke hineinpassen. Du kannst übrigens auch einen speziellen Ruckzuck-Beton verwenden, der einfach nochmal deutlich schneller anzieht. Doch der kostet natürlich auch dementsprechend etwas mehr. Die Konsistenz schaut auf jeden Fall super aus. Das Ganze könnte übrigens auch noch etwas flüssiger sein, da es eh hier unten nur verlaufen muss. Und dann gebe ich es auch schon mal in das Loch hinein. Danach am besten mit einer einfachen Holzlatte mal noch in die Ecken verteilen. Und wir können auch schon etwas rein stampfen, dass sich da einfach keine großen Hohlräume im Beton bilden können. Und dann führen wir den Rest auch schon mit weiterem Beton auf. Unseren Pfostenträger können wir jetzt natürlich schlecht hier einfach in den Beton reinsetzen und dann einfach darauf hoffen, dass das Ganze halten wird. Deswegen müssen wir ihn erst einmal irgendwie fixieren. In meinem Fall mache ich das Ganze immer relativ gerne, dass ich über das Loch so eine Holzlatte drüber gebe. Die ist circa 2 cm dick, weswegen es von der Höhe her auch auf jeden Fall passen sollte. Und von der anderen Seite kann man dann zum Beispiel noch einen relativ schweren und großen Zaumpfosten dagegen geben. Unser Holz berührt den Beton darunter nicht, da er etwas unter unserem Rasenniveau liegt. Und dann sollten wir am besten mal noch das Ganze bei dem Zaumpfosten hier hinten zum Beispiel mit so einer Schraubzwinge hier fixieren, dass natürlich der Pfosten schon nochmal einen besseren Halt hat. Und dann geht es einfach darum, dass wir ihn wirklich mal fein justieren. Bedeutet, ich halte meine Wasserwaage von beiden Seiten hin, schaue natürlich, wo ich etwas nachschrauben muss. Und dann können wir zum Beispiel mit solchen einfachen Holzkeilen oder auch solchen Holzstückchen das Ganze mal noch dementsprechend ausrichten, bis wir am Ende natürlich auch mit unserem Ergebnis super zufrieden sind. Die Flucht sollten wir natürlich auch überprüfen. Nicht, dass unser Pfostenschuh am Ende zu den anderen irgendwie schief steht. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von so einer Richtschnur ziehen. Dann kann man sich an der auch super orientieren. Und am Ende sollten wir das Ganze einfach mal für mindestens 24 Stunden so stehen lassen, dass der Beton schon etwas anziehen kann. Und am Ende, wenn du hier einen Holzzahmpfosten draufgeben möchtest, kann ich dir noch den Tipp geben, dass du davor bitte unbedingt zum Beispiel so einen kleinen Abstandshalter hier drunter legst, den Holzpfosten drauf gibst, von außen natürlich ordentlich befestigst und auch schön im Wasser ausrichtest. Und am Ende dann dieses Abstandsteil hier wieder rausziehst. Das hat einfach den Sinn, dass der Holzpfosten am Ende nicht hier unten auf unserem Eisen drauf liegt. Und wenn es zum Beispiel regnet, kann sich hier auch kein Wasser stauen und der Holzpfosten kann von unten einfach nicht zum Gammeln beginnen. Und somit haben wir auch schon so einen U-Pfostenschuh richtig einbetoniert. Wenn du dir für zu Hause so einem Pfostenträger hier eine kleine Wasserwaage oder natürlich auch solche Holzkeile zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.